Liebe Schwestern und Brüder, nahtlos geht es weiter von dem, was wir gestern bedacht haben, am Aschermittwoch, diesem zunächst so auf den ersten Eindruck traurigen und tristen Tag mit seiner Botschaft der Asche und dem Bedenken, dass wir staub sind. Wir sind gestern auf den Weg geschickt worden nach Ostern und genau darüber handeln die beiden Texte, die wir gehört haben. Die Verpflichtung auf den Weg Gottes, auf das Hören, auf das Befolgen seiner Gebote und darin zeigt sich Liebe, wie auch in dem, dass Jesus seinen Weg im Evangelium glasklar am Anfang benennt. Es ist der Weg der Passion nach Ostern hin. Der Menschensohn muss vieles erleiden, er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Es ist also ein Weg des Lebens, den wir beschritten haben, nicht ein Weg zum Tod, nicht ein Weg, der sich im Staub verliert. Es ist ein Weg, der aus unserer Misere herausführen soll. Aber ist es nicht schwer, beides zusammenzubringen? Wähle also das Leben, beschwört Mose im Namen Gottes das Volk Israel, beschwört uns heute. Wählt doch das Leben. Aber wie kann man das Leben wählen, wenn man sich selber verlieren soll? Wenn wir alles Mögliche gewinnen, möglicherweise die ganze Welt, aber am Schluss ohne uns selber dastehen. Wenn man, wenn man es wörtlich übersetzt, seine Seele verliert. Es gibt keine Übereinstimmung mit sich selber. Sind das Teile, was uns ja manchmal unterstellt wird, dass wir die abspalten müssen, die wir jetzt ein bisschen in der Fastenzeit drangsalieren, die wir ein bisschen mit Askese sozusagen nach Vordermann bringen? Aber dann sind wir ja wieder nicht ganz bei uns. Dann sind wir ja wieder nicht in Übereinstimmung mit uns selber, mit unserem Glauben, mit unserem Leben. Ist das das Leben? Wenn man auch die geistlichen Erfahrungen früherer Generationen hört, wenn man ihnen liest und sich von ihnen beeindrucken lässt, gibt es immer wieder Antworten. Manchmal sind es nur kleine Spuren, aber es sind Antworten. Und ich finde, wir sollten auch lernen, sie wahr und ernst zu nehmen. Wie bringt man das zusammen? Selbstverleugnung und Liebe. Den Weg des Kreuzes, der Passion zu gehen, der dann zu einem Lebensweg wird. Die frühen Zisterzienser-Väter haben eine solche Spur gelegt. Wilhelm von Santieri schreibt am Ende eines großen Buchsgebetes, das ich jetzt gar nicht ganz vorlesen will. Er flieht auf einem Punkt hin, den Jesus heute im Evangelium andeutet. Wenn er spricht, dann mündet das ganze Gebet hin. Herr, lass mich teilhaben an deiner rettenden Umarmung. Denn ich wünsche mir so sehnlich, dein Kreuz ganz und gar mit dir zu teilen. Es ist jenes Bild, jene Vorstellung, die bei diesen Zisterziensern zum ersten Mal auftaucht. Dass Christus die Arme am Kreuz ausbreitet, um uns in Empfang zu nehmen. Der sogenannte Amplexus. Die Umarmung vom Kreuz her. Das ist das, was Jesus meint. Er verleugne sich selbst. Es geht nicht mehr darum, es geht auch bei den Frommen nicht darum, dass ich mein Kreuz groß herausstelle. Sondern alle Kreuze, die kleinen wie die großen. Alles Glauben, alles Lieben, alles Selbstverleugnen hat einen Fluchtpunkt. Und wenn wir den wählen, liebe Schwestern und Brüder, dann wählen wir das Leben. Wenn wir Christus im Blick haben, in seinen geöffneten Armen am Kreuz, dann wissen wir, wo wir uns bergen können. Wo unser Kreuz seinen Platz und seinen Sinn findet. Wo dann auch nicht Schlusspunkt ist, sondern Beginn neuen Lebens. In dieser Geborgenheit finden wir die Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir mit unserer Misere dorthin fliehen, in seine Arme, die immer geöffnet sind und für uns geöffnet bleiben, damit er sie um uns schließt und uns so birgt und neu belebt. Vielen Dank. Ich bin dafür ein guter Vorsitz. Ich bin dafür, dass es nicht zu viele Leute nachdenken. Meine Frau hat mir jetzt auch eine Schichtbesuche. Ich bin afterwards, dass ich die Schichtbesuche in die Schichtbesuche in der Schichtbeschicht